. Juan Miguel Echevarria, der Weltrekordanwärter. Im vierten Versuch, 8,68 Meter. Es ist ein neuer Meeting-Rekord und der Sieg. Es war ein Wahnsinns-Wettkampf. Das Publikum hier ist super und hat mich toll unterstützt. Und natürlich bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Leistung. An den Weltrekord kommt der Kubaner nicht heran. Aber mit 19 Jahren hatte er ja auch noch eine Menge Zeit.